Nachdem in Burzweiler bei Mülous im Elsass drei Allgemeinmediziner in Rente gegangen sind, stehen etwa 5000 Patientinnen und Patienten ohne Hausarzt da. Bisher waren alle Versuche, Nachfolgerinnen zu bekommen, vergeblich. Gründe für die sogenannte medizinische Wüste gibt es viele. Mülous ist keine Universitätsstadt, Burzweiler eine eher arme Gegend. Vielen Betroffenen vor Ort macht diese Lage Angst. Vielen Dank.